Eine Inflationsrate von 7,3%. Renditen, die zwar angestiegen sind, aber weiterhin nicht auskömmlich. Das Thema finanzielle Repression, also Renditen, die unterhalb der Inflationsrate liegen, bleibt das strategische Bild für Investoren. Wir können das hier sehr gut nachvollziehen. In Rot horizontal die aktuelle Inflationsrate, die blauen Balken, die Renditen verschiedener Segmente von festverzinslichen Wertpapieren. Und wenn wir nun die nach vorne schauende Perspektive einnehmen und erweitern das Bild auf verschiedene andere Vermögensklassen, dann können wir das hier auch dementsprechend sehr gut nachvollziehen. Wir sehen hier letztendlich Kontoguthaben weiterhin mit negativer Rendite, Strafzinsen, Verwahrentgelte. Wir sehen, dass die hohen Preise bei Immobilien natürlich auch dafür sorgen, dass die Einkaufsrenditen relativ niedrig sind. Auch das ein Aspekt, der natürlich insbesondere vor dem Hintergrund der politischen Eingriffe in den Markt relevant werden, auch steuerliche Themen. Wenn wir dann auf die Aktien schauen, dann stellt sich natürlich die Frage, 7% nominal, mit welchem Portfolio kann ich das dann erreichen? Und bei Private Equity hier diese typischen Annahmen, 10% Rendite. Sie stellen schon fest, die Grafik sieht sehr einfach aus, aber wir müssen uns natürlich die Frage stellen, wie kommen wir denn zur persönlichen Zielrendite? Aus was setzen sich diese 6% zusammen, die unser Anleger generieren möchte? Sind 7% bei einem Wertpapier, bei einem Aktienportfolio wirklich plausibel, wenn ich sehr einseitig in vielleicht teuren Wachstumstiteln aufgestellt bin? Oder sind diese nach der jüngsten Korrektur wieder interessant? Und auch bei Private Equity stellt sich ja die Frage, sind die Renditen aus den vergangenen Jahren wiederholbar? Oder sorgen die hohen Einkaufspreise plus die hohen Mittel, die die Private Equity Fonds eingesammelt haben, dafür, dass die Renditen in der Zukunft niedriger sind? Also, vernünftige Erwartungshaltungen für die Inflationsrate nach vorne, vernünftige Implikationen für die Zusammensetzung des Portfolios, plausible Annahmen für die Renditeentwicklung verschiedener Vermögensklassen, Anleger haben viele Themen, die sie auf dem Zettel haben müssen und die Zeiten bleiben weiterhin spannend. Und wenn Sie jemanden suchen, der Sie dabei unterstützt, die passende Zielrendite für Ihr Portfolio zu finden und diese professionell mit Annahmen zu untermauern, dann stehen wir Ihnen gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.